Einen wundervoll guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu unserer Assembler Tutorial Reihe. Heute geht es weiter und zwar wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie bekomme ich eigentlich Assembler Code. So, wir werden im Laufe dieser Tutorial Reihe, habe ich eigentlich schon angekündigt, mit Linux arbeiten, weil Linux einfach der de facto Standard ist, wenn ihr euch mit so unfassbar Low-Level-Kram beschäftigt, dass ihr mit Assembler arbeiten wollt. Ja, gut, deswegen hier auch an der Stelle sei gesagt, es gibt GCC auf Linux und es gibt MinGW auf Windows, was quasi GCC für Windows ist, aber wir werden hier nur mit GCC arbeiten und auch der ganze Assembler Code sozusagen, den ich euch zeigen möchte, das ist eigentlich AT&T Assembler, das schreibe ich auch kurz auf, AT&T Assembler, weil wir das bekommen von GCC, also GCC produziert uns quasi AT&T Assembler, eine Alternative wäre Intel Assembler, ich schreibe nicht die Versus auf, Versus Intel Assembler, das ist dann quasi die andere Variante. Das heißt jetzt nicht, dass Intel Assembler nur auf Intel Prozessoren verwendet wird und AT&T, keine Ahnung, von was anderen benutzt wird, das ist einfach, das sind mehrere Standards von Assembler, die es gibt, die sind sich sehr ähnlich, aber AT&T ist einfacher, finde ich persönlich, weil man es leichter lesen kann und weil man damit auch besser umgehen kann, finde ich zumindest. Ich werde euch vielleicht noch ein bisschen Intel Assembler zeigen, wenn ihr das Verlangen danach habt, aber wie gesagt, im Normalfall beschränken wir uns hier auf GCC Assembler und AT&T als Schreibweise, also GCC als Compiler. Ihr könnt statt GCC auch immer G++ benutzen, also quasi C++ Code, nicht C Code. In Assembler kompilieren funktioniert genau gleich, ist im Endeffekt gar nichts anderes, C++ ist eh nur eine Erweiterung für C. und G++ produziert genau denselben Kram, den hier eigentlich GCC auch produziert. So, gut, jetzt wollen wir uns angucken, wie funktioniert eigentlich der Prozess, wenn ich Assembler Code generiere, als kleines Add-on sozusagen. Das gehört nicht unbedingt zu Assembler dazu, das hier ist eigentlich ganz stinknormaler Code für ein C-Programm eigentlich. Und was als erster Schritt passiert, ist das sogenannte Pre-Processing. Das heißt, Pre-Processing bedeutet, wir haben hier oben ein Makro, das wird natürlich hier später im Code nicht mehr zu finden sein, wir können keine Makros in Assembler oder in Maschinensprache haben. Also, was macht der Compiler als allererstes? Er nimmt dieses Hello World und setzt es hier für Message ein. Das heißt, wir setzen einfach die ganzen Makros überall dort ein, wo sie hingehören. Der nächste Schritt ist, wir wollen hier loswerden, jegliche Kommentare, jeglichen Nonsens, den wir nicht brauchen, also irgendwie sowas eben hier, dieses Hello World, I am back, das ist genau das, was wir loswerden wollen, weil das natürlich später auch da nichts mehr zu suchen hat. Also, das gibt es in Assembler ja auch nicht, dieses Kommentar, was wir hier gerade reingeschrieben haben. Man kann Kommentare in Assembler schreiben, zeige ich euch dann, wenn es soweit ist, aber hier machen wir eigentlich, ja, das ist C-Code, also, ja, brauchen wir nicht. Braucht der Compiler an sich nicht. Und das Letzte, was passiert ist, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber dieses Include hier, da wird tatsächlich einfach die stdio.h-Datei reingepackt, sozusagen, damit wir hier auf diese ganzen Funktionen von der stdio.h quasi hier drin zugreifen können. Also eben auch auf die Main, auf Printf, gut, okay, Main können wir so oder so immer zugreifen, aber Printf zum Beispiel, all diese Funktionen, die wir hier aufrufen, die Main haben wir hier definiert, sorry, Quatsch, aber Printf haben wir hier aus stdio.h und die haben wir importiert oder inkludiert und deswegen können wir sie jetzt hier verwenden. So, und jetzt haben wir eigentlich soweit alles gemacht, wir als Compiler sozusagen, als Mensch-Compiler, also wie gesagt, hier Kommentare entfernen, dieses, ich mach's gerade wieder rein, diese Message ersetzen und das Ding hier importieren und dann wird der eigentliche Kompilierungsvorgang gestartet. und den kann man sich anzeigen lassen bei GCC, das ist was ganz Tolles und das machen wir auch direkt mal. Wir müssen allerdings noch kurz Verzeichnis wechseln, sorry. Wir machen hier einfach ein GCC, also normalerweise würden wir einfach hier quasi sagen, wir wollen, ups, we all und dann wollen wir, was für eine Datei wollten wir ersetzen? C-Example, glaube ich, habe ich sie genannt? C-Example und wir wollen sie ausgeben in minus O, äh, C-Example. So, normalerweise würden wir das so machen, jetzt können wir uns die anzeigen lassen und wir können sie ausführen, hier sind noch meine Videos drin, nicht wundern, ähm, wir können sie starten, indem wir Punkt slash C-Example schreiben und dann wird hier eben Hello World and Buy ausgegeben. Relativ unspektakulär, kennen wir eigentlich alles, wenn wir einigermaßen ein bisschen mal C gemacht haben. So, jetzt, das ist jetzt natürlich nichts, was wir irgendwie nicht schon kennen würden, aber was wir jetzt als Option hier bei GCC machen können, ist, wir können sagen, Save Temps und Save Temps macht was ganz Cooles, nämlich, wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen diese temporären Dateien uns anzeigen lassen, dann sehen wir hier, okay, wir haben C-Example.i, äh, Punkt C, Punkt O, Punkt I und Punkt S und natürlich die Output-Datei C-Example. Das sind die fünf Dateien, die wir hier bekommen. Das haben wir selber geschrieben, das ist die ausführbare Datei, jetzt, was ist O, was ist I und was ist S. Das schauen wir uns doch tatsächlich einfach mal an und sagen C-Example.i wollen wir als erstes mal sehen. So, das ist jetzt hier ein bisschen, äh, was ist hier gerade passiert, ähm, mag ein bisschen erschütternd sein, aber im Endeffekt ist das der Output, ihr unten seht jetzt, int, main, void, printf, hello world, and buy, bla bla bla, das ist sozusagen die Ausgabe von unserer normalen, äh, von der ersten Station. Das heißt, hier werden erst mal Kommentare ersetzt, hier wurde das Makro ersetzt, das wir geschrieben haben und hier wurde der Include sozusagen wirklich eins zu eins ersetzt von dem, was wir hier haben. Das heißt, ähm, ähm, das ist quasi genau, ja, hier alles, was wir in dieser Datei drin stehen haben, ist sozusagen das, was eigentlich in der Include dabei stand und dann noch unser Code unten drunter. So, okay, das ist der erste, der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt ist wiederum, ähm, in der S-Datei drin. Das heißt, wir gucken uns mal an, die Punkt S-Datei. Okay, so, und hier seht ihr jetzt den Assembler-Code von eurem Programm und das ist das, was euch GCC als Assembler ausgespuckt hat, das, was ihr quasi machen wollt. Wir haben hier die Datei c-example.c, wir haben hier .text, .section, .roh-Data und so weiter und so fort. Hier haben wir einen String definiert, der sollte euch bekannt vorkommen, hello world vielleicht. Ähm, dann haben wir hier and by als String definiert und haben dann hier .text, .global main, .type, whatever, was weiß ich, was das alles ist, ja. Und dann haben wir hier den eigentlichen Code, der uns dann, ähm, ja, sozusagen, das ist der Assembler-Code von der Main-Funktion. Und da springen wir dann auch rein und das wird dann eben alles so gemacht. Und das ist jetzt das AT&T, die AT&T-Schreibweise von Assembler, nicht gerade das Schönste, aber es ist quasi das, was wir jetzt hier machen wollen. So, und dann geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Nach dem Assembler hier, das, was wir geschrieben haben, äh, beziehungsweise von GCC in der S-Datei ausgespuckt bekommen haben, das wird jetzt in der .o-Datei, in der Object-Datei, wirklich in Maschinensprache umgewandelt. Das heißt, ihr könnt das hier nicht mal mehr wirklich sehen. Ähm, ihr seht hier, das ist, das ist alles, also das fängt hier an und geht bis hier runter. Ähm, ich mach mal hier einen Clearer, eine Sekunde. So, ähm, das ist eigentlich alles, was hier drin steht. Und zwar hier dieses ganze komische Krampfwegezeug, mit dem man nichts anfangen kann, weil es halt wirklich binär ist und so auch wirklich von der Maschine verstanden wird. Allerdings, das macht der Assembler für euch. Das heißt, der Assembler nimmt den Assembler-Code und stopft ihn sozusagen zusammen und löst ihn auf in Maschinensprache. Also wirklich, äh, Instructions, also Instruktionen für die CPU, wie das Ganze funktionieren soll. Und danach wird das Ganze noch gelinkt, also quasi verknüpft und, ähm, so dass ihr eben eine ausführbare Datei habt. Also quasi, wenn ihr diesen, ähm, diesen Kram hier habt, diese Machine Level Instructions, dann habt ihr noch nichts, was ihr ausführen könnt, weil dort sind noch keine wirklichen Funktionsaufrufe drin. Da ist erstmal nur ein Rumpf sozusagen drin. Wenn ihr jetzt aber Printf aufruft, dann weiß erstmal GCC noch gar nicht, was eigentlich hier gemacht werden soll. Und das passiert eben im Linker, der dann euer Programm sozusagen intern verknüpft. Der sagt dann, hey, da rein, da rein, da rein, da rein. Und der macht es dann alles für euch und dann habt ihr eure ausführbare Datei. So, und so wird quasi aus Code, aus C-Code, der ja schon relativ, äh, low-levelig ist, ähm, wird dann tatsächlich, ähm, Maschinenausführbarer Code, den ihr in der C-Example ohne Endung habt. Genau. Ähm, was wir uns jetzt natürlich hauptsächlich wundern ist, wie können wir diesen wunderbaren Kram hier schreiben, beziehungsweise wie können wir ihn verstehen. Und das wollen wir in den kommenden Videos machen. Ich will euch jetzt nur noch kurz eine Sache zeigen, wie ihr hier raus, also mit GCC auch direkt einfach nur Assembler-Code rausbekommt, ohne alle anderen Dateien. Also die .o, damit könnt ihr normalerweise eigentlich nichts anfangen. Die .i-Datei ist auch nicht wirklich hilfreich jetzt in dem Sinne. Das Einzige, was wirklich jetzt neu ist, ist diese Assembler-Datei. Und, äh, die wollen wir jetzt natürlich auch nochmal uns kurz angucken. Wir wollen hier mit "-s", eben ausgeben lassen. C-Example.c, ups, Punkt C, ähm, und wo rein wollen wir das ausgeben lassen? Naja, in Output, ähm, C-Example.c, C-Example.c2.s, das ist die normale Dateiendung. Genau, und das machen wir einfach mal, und dann haben wir das eigentlich da auch schon drin. Und jetzt machen wir die hier mal auf, weil das ist im Endeffekt genauso das Ding, ähm, lass mal gut sein. Okay, also hier haben wir quasi die ganzen Instruktionen drin, und ja, das ist im Endeffekt unser Assembler-Code, da könnten wir jetzt auch irgendwas dran schrauben. So, wenn wir jetzt hier natürlich was dran ändern, wie zum Beispiel, wir würden hier Hello World 2 reinschreiben, ähm, dann ist es jetzt natürlich nicht irgendwie was, ähm, was wir jetzt direkt in unserem C-Example sehen würden. Wir müssen jetzt also noch irgendwie einen Weg finden, weil wir haben es ja nicht in der C-Datei geändert, sondern nur im Assembler-Code. Wir müssen jetzt also noch einen Weg finden, wie wir hier aus dem Assembler-Code wieder ausführbare Dateien generieren, und das machen wir erstmal, indem wir sagen, ähm, GCC-C für Kompilieren, ähm, das C-Example 2.s, und zwar wollen wir das Ganze ausgeben, ähm, Minus-O ist immer für Output da, ähm, in C-Example 2.0, das ist jetzt die O-Datei, die generiert ihr jetzt quasi selbstständig, das ist diese Object-Datei, von der wir gerade eben auch schon geredet haben, ist gemacht, und jetzt, ähm, machen wir hier noch ein GCC, und die O-Dateien können wir einfach so reinstecken, das heißt, wir sagen hier C-Example 2.0, ähm, und wir sagen, Minus-O, das sind sehr viele Os, aber Minus-O steht immer für Ausgabe in diese Datei bitte, und, ähm, ja, das wollen wir ausgeben in C-Example 2.0, ohne Endung. So, und jetzt können wir C-Example 2.0 auch ausgeben, C-Example 2, und wir sehen Hello World 2.0 and Buy, das heißt, wir haben so eben unser eigenes Programm sozusagen in Assembler modifiziert und dann wieder fertig kompiliert in eine ausführbare Datei, und das ist sozusagen jetzt das, was neu dazugekommen ist, das heißt, euer C-Code kann jetzt auf Assembler-Ebene bearbeitet werden von euch. Wunderbar, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao.